wir können ja wir können ja nach der runde noch nur noch eine runde mini golf spielen vielleicht baut sich das mehr auf ich glaube ja moment 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 jetzt darf ich jetzt ja ich will jetzt ich will jetzt noch mal meine person ändern diesmal bin ich ja ja stimmt diesmal bin ich jemand anderes dieses mal bin ich die andere lady eben hat mir nichts dabei gehabt da hätten wir keine sachen dabei gehabt das ist schlecht also standard equipment das ist sehr schlecht so lassen sie einen teammitglied zeuge eines geister events werden also einfach sterben erreichen sie einen durchschnittlichen geisteszustand 25 prozent und kerze ausblasen und sie heißt elizabeth jackson ok die sicherung ist oben hinter der glasscheibe in dem aufsichtsbüro oben von oben so und ich mache auf aber da haben sie es nicht schön beleuchtet ich habe nur ich habe nur ein thermometer das geht das problem ist das thermometer hilft mir erst mal noch gar nichts die erst rein mit meinem thermometer wenn wenn das wenn der strom an ist jetzt bringt das ja noch ich bin fast da ich bin fast da strom ist an ich habe übrigens das zeichen was du willst schon gehört es hat der tür gequitscht hello oh wir haben gleich gleich 20 grad hier da ist es ja richtig ange neun grad hier acht grad hier hier grad neun grad warum waren es gerade eben 20 hier quietschen alle türen das ist äh quietsch mal gucken ob er da ist wo er immer ist aha mich juckt an der achsel ich bin den beiden hello hey lasse zu oh hi hi ach wie ihr auch hier ja sehr gut guck mal so den wolf wieder allein gelassen kurz schlechte nachrichten die krankenstation dass wir immer sauber nein nein ich warte ich versuche zeit fast mal rausgekommen ist einen geist in der krankenstation zu haben aber es gibt keinen in der krankenstation ja in der krankenstation hier ist es hier so nicht ja auch nicht die krankenstation hatte ich bis jetzt noch nicht das vergnügen leider gibt uns ein zeichen gut du musst immer nur auf einer seite von dem zellenblock schauen ok auf einer seite ähm die rechten zellen sind alles ein gang ein raum und die linken zellen sind alles an hat gerade jemand eine zelle aufgemacht? ja ja ich mach die ganze zeit zellen auf also bisa dafür dass jede zelle die ich nur eine zelle angucken muss sind die temperaturen aber absolut unterschiedlich mitbekommen bisa in welchem zellenblock seite denn? äh ich bin gerade im zellenblock links äh äh moment ist es nicht a ihr müsst ihr dem b sein ich bin in a dann sind wir in b wir sind in a nein ich bin in b a wir sind a man kann sagen wenn inari sich jetzt nicht oh waren die schon immer so rostig die haben die zellen für gehört auf jeden fall bei b ja ich hab gerade einen aufgemacht hello hello oh die die räume sind auch besser in den zellen jetzt mittlerweile finde ich die sehen jetzt viel 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 ungemütlicher aus als früher mit den umgefallenen betten da drin oder gar keinen betten und nur in der matratze oh bisa hat mich wieder allein gelassen bisa hat mich allein gelassen aber warum hat er das getan? da hier da 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 nichts dann kommen wir mal wieder und nach oben ist vom eingang recht mich nicht lustigerweise habe ich hätte ich hätte ich hätte instant eigentlich schwören können dass er bei mir im a-trakt ist weil bei mir im a-trakt sind alle lichter am flackern gewesen ok also sache so Vielen Dank. Jurei, habe starken Einfluss auf Geisteszustände. Wer nochmal? Jurei. Also, jetzt mal ohne Müll. Was braucht der für Beweise? Der sinkt ganz schön vor sich hin. Guter Sänger. Wer weiße für Jurei sind? Gibt mir eine Sekunde. Geister Orb, gefriertemperaturen und DOTL-Projektor. Also, gefriertemperaturen haben wir hier nicht. Ab mit dem Dot rein, ich laufe hier schon mit der Kamera. Ihr piept wieder? Ich gehe mal kurz raus. Lass euch hier mal das Tempometer-Ding. Schauen wir mal was Neues. Ich hole eine Kamera. Ja, das will ich auch tun. Ah, shit. Doch nach der Runde muss ich echt langsam mal Pause machen. Meine Hände tut weh. Hast du auch eine Kamera? Ich habe auch eine Kamera. Stellst du die auf Bisas Leiche? Auf Bisas Leiche? Also, nee, so dass du... Sind wir safe? Weiß nicht. Wolf, dein Mikro stehnt. Ich bin dann safe. Mikro von Wolf spinnt. Aber ich habe keinen Ausschlag bei mir, Dings. Okay, jetzt geht es auch wieder. Vorhin hast du irgendwie... ...gemacht. Okay, komisch. So, noch eine Kamera. Äh, das ist wieder komisch gemacht. Jetzt geht es auch. Oh, so. So. Die Nari noch am Leben? Ja, gerade so. Sehr gut. Ich bin hier weggelaufen. Kann man hier und meine Kamera überprüfen, die ich in den Nebenraum gestellt habe? Damit stimmt, glaube ich, irgendwas nicht. Welche Kamera meinst du denn? Und wo im Nebenraum? Äh, jetzt... Ja, im Nebenraum. Aber ich glaube, jetzt geht es doch wieder. Ich bin mir aber nicht sicher. Also, ich habe jetzt noch eine. Äh, was ist das denn? Ich weiß nicht. Das kommt immer wieder und dann schaltet er die Kamera wieder weg. Also, das hier ist... Deswegen sage ich jetzt... Das ist jetzt die, die ich hingestellt habe. Das ist die, die zu Bisa zeigt. So, nochmal die Nachtsicht an. Das sehen wir aber nicht. Das ist die Nachtsicht. Das ist die Nachtsicht. Okay. Das ist... Whatever. Whatever this is. Ja, das ist die 16. Außerdem ist, glaube ich, gerade wieder Party. Ja. Da drin ist wieder Party angesagt. Ja, dann lass uns mal auf die 14 gucken. Nämlich die von Bisa weg. Ist das mal? Nein, das ist die von Bisa weg. Aber die, die ich auf Bisa gestellt habe? Aber meine, die ich in den Nebenraum gepackt habe? Ja. Das ist die 15... Ne, die 15 ist die, die ich von... Die auf Bisa drauf guckt. Ja, die im Nebenraum, die packt irgendwie. Die muss ich nochmal holen. Die 16er weiß ich nicht, wo du die hinhast. Die ist... Als ob so umfeldgleich. Die steht eigentlich im Nebenraum und sollte in den Gang gucken. Aber irgendwie packt die. Ja, die macht irgendwie komische Sachen. Und jetzt ist sie ganz weg. Jetzt ist die 16 ganz aus. Jetzt sind es nämlich nur noch 15 Kameras. Okay. Inari, du lebst noch? Inari ist tot. Inari tot. Äh, Wolf, du hast nur noch 2%. Komm her und fress Pillen. Und ich habe 0%. Jeder Eimer Pillen fressen, Minimum. Aber das sieht nicht gut... Ja, ich fress 2, ich geh nochmal rein. Das sieht aber nicht gut aus. Was haben wir denn bis jetzt? Wir haben ja noch gar nichts, oder? Der Motor ist ein Yorai. Weil? Warum? Weil die Sanity so schnell genug... Ja, okay. Das könnte natürlich... Könnte natürlich ein Grund sein. Das ist ein guter Grund. E... 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 Hallo? Unsere Geister weisen uns auf das Dot hin. Okay. Ich sehe halt an dem Dot nichts. Vielleicht habe ich die andere Kamera zu weit weggestellt, weil hier sehe ich nicht viel. Guck mal, meine, meine andere Kamera sollte wieder funktionieren, die habe ich zum... Wieder... Ich habe nur die hier. Die 16er ist nicht da. Hä, aber die habe ich doch eben, die habe ich doch eben gerade wieder in Gang gebracht. Nee, 16er geht nicht. Ich gehe da mal rein. Was? Ich nehme noch eine mit. Wir haben keine Gestelle mehr. Doch, da. Doch, haben wir noch. Eins haben wir noch. Also, ich sehe dich, aber ich sehe... Warte mal, jetzt mache ich mal... Ich gucke mal auf die 16. Ja, jetzt funktioniert. Also, die 16, die du jetzt hast, die funktioniert. Die sehe ich. Aber halt auf die, die du jetzt drauf guckst, die sehe ich nicht. Also, die da. Genau, die. Die geht nicht. Nehmen die mal nochmal hoch und... Nehmen die mal raus. Ganz raus. Aus dem Gebäude. Vor allem kriegt die Nachtsicht nicht immer gescheit. Und schon geht die 16 wieder nicht. Irgendwas stimmt in diesem Raum nicht. Irgendwas stimmt mit insgesamt was nicht. Weil, ich gehe auch die Nachtsicht kriege ich nicht mehr an. Ich kriege sie nicht an. War doch eben an. Ja, jetzt gerade fühlst du mich. Jetzt geht sie wieder an. Okay. Oder... Ist das Nachtsicht? Die Nachtsicht ist voll wenig. Das ist Nachtsicht. Okay. Ist voll schwach. Also, ich würde fast wirklich auch auf den Yurai tippen. Weil, ich wüsste gerade nicht, wie wir da rein wollen. Was hat denn Yurai noch? Wollen wir mal gucken. Yurai. Geisterorb. Also, dann Yurai, Yurai. Ne, das ist Spirit. Geisterorb und Gefriertemperaturen. Aber wir haben keine Gefriertemperaturen. Wir haben keinen Geisterorb. Also, eher... Eher mehr, weniger. Ich habe halt auch den Dotz-Projektor halt gar nichts gesehen. Ja, unsere Geister... Offenbar. Ich kann ja nochmal mit dem EMF oder so reingehen. EMF war zwei. Habe ich gemessen. Okay. Hm. Okay. Gehen wir so... Gehen wir so doch mal chronologisch durch. Spirit. Hätte EMF. Passt nicht. Gespenst hätte EMF. Passt nicht. Phantom wären Fingerabdrücke und Geisterbox. Dann gehen wir mal mit der Geisterbox rein. Geisterbox. Und... Marik, du hast keinen Nutzen, die lassen es rein gehen. Ich habe auch noch 40. Aber warte mal, es müssen ja nur die sein, die auch das Dot haben. Ja, hat er. Phantom hat Geisterbox und Fingerabdrücke. Box hat funktioniert. Gut. Sehr gut. Dann soll ich mal mit dem Schwarzlicht reingehen? Wenn du möchtest, ist es aber riskant, ne? Riskant ist so oder so. Aber du hast auch nur 62. Also es ist nicht viel. Ich kann der es ja geben. Dann geh du rein. Dann ist das hier... Das ist jetzt die... Du brauchst ja für den Stream auch noch ein bisschen was zu sehen. Ich war jetzt die ganze Zeit drin. Na dann. Lass mich da rein. Und ich fühl mich da rein. finger abdrücke wenn du dir noch eine kamera schnappt können wir die auch noch fotografieren oder ich oder ich gibt oder ich gebe dir oder ich gebe dir meine kamera ich habe schwarzlicht und kamera gerade an der tür innenseite also rechte tür innenseite ich wieder auf schwarzlicht das soll jetzt noch mal gut funktionieren ja dann ist ein phantom eine sind von noch mal ein phantom und wir können noch eine kerze reinbringen wenn wir wollten so muss er eine auspusten ja dann nehme ich mir noch eine kerze so erstmal oder rad weg was licht weg herzunehmen an machen jetzt an machen gut innen drin ich brenne der weißer ding sei doch ich schick blass die kerze aus blass die kerze aus blass die kerze aus blass die kerze aus ob die jetzt erst mal dahingestellt mal gucken ob es auspustet klar ich habe gesagt und einfach mit noch mehr kerzen willst du jetzt mit kerzen zu bombardieren oh ja ja wenn nicht fahren wir einfach eine noch lege die kerze einfach auch direkt auf bisams leiche haben wir eigentlich ein foto von bisams leiche gemacht ich weiß nicht wo sie ist las die kerze aus las die kerze aus ich vertraue der ganzen sache nicht das problem ist wenn ich jetzt da reingehe um da um der ramba zamba zu machen ist auch nicht so einfach ja dann bist du tot komm komm wir fahren ab dann fahren wir das phantom der opa bitte alle eintragen alle eintragen habt ihr eh schon wir fahren wir fahren und das ist ein phantom sehr nice der opa bei den die falligen ich finde es schön gewesen dass ich habe mich auf das dort konzentriert weil ich mein todes punkt gut achten wollte und auf einmal läuft der geist dadurch und ich denke mir so scheiße meine leiche liegt genau auf die gott drauf wie soll ich jetzt meinen kameraden mitteilen dass ich da das geist durchgelaufen ist ja du hast gut die kaffeebecher auf die auf das dort geschmissen ja ich habe ich habe mir so kurz vor meinem tod gedacht ach ich bin jetzt tot weil ich gegen die wand gelaufen bin das dort so um mich richtig so jetzt spielewechsel ja du möchtest jetzt einmal noch mini goal spielen ja bitte so haben wir hier spiel verlassen allerdings muss gestehen mir gefallen die veränderungen die sind echt nice inari muss ich jetzt erst mal end muten sonst funktioniert das nicht sollte mich auch end muten sonst funktioniert das nicht ich musste noch in aria in aria habe ich auch im youtube die veränderungen sind echt echt also da haben sie richtig was geschafft da haben sie richtig 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 gute veränderungen geschafft so die sache ist welches habt ihr von beiden weil ich glaube der wolf hat nur eins von beiden ne du hast mir doch mal das andere auch noch gegeben ah stimmt ja dann inari du darfst dir auch so golf wird oder golf with friends du musst ich noch einen guten end für golf wird gut dann golf wird ich habe mich auf den auch hier ich nehme mich ja ich nehme mich auf und es sage ich das ist alle